Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlichst. Ja, ich komme jetzt gerade von der Nathalie. Die Nathalie, das ist unsere Bauzeichnerin und die war übers Wochenende super, super fleißig und hat auch die Pläne gezeichnet für den Antrag auf Abgeschlossenheit. Ja und was ist ein Antrag auf Abgeschlossenheit? Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Mehrfamilienhaus soll aufgeteilt werden in einzelne Eigentumswohnungen. Das geht nur, wenn man einen Antrag stellt, hierfür beim zuständigen Landratsamt, bei der Kommune oder bei der Stadt und dieser Antrag auf Abgeschlossenheit, der bedarf, dass man die Pläne zeichnet. Man muss also nachweisen, dass jede Wohnung für sich abgeschlossen ist, das heißt eine eigene Küche hat, ein eigenes Badezimmer, die normale Aufenthaltsräume mit entsprechender Belichtung und diese Wohnungen werden dann nummeriert. Dann gibt es dann noch allgemeine Räume, wie zum Beispiel auch das Treppenhaus oder zum Beispiel die Wäscheküche oder ein Hobbyraum, der gemeinsam genutzt wird. Aber es gibt auch die Kellerräume und diese werden als sogenannte Sondernutzungsrechten den einzelnen Wohnungen zugeordnet. Das bedeutet zum Beispiel die Wohnung Nummer 1 hat das Sondernutzungsrecht an S1, also an den Kellerraum Nummer 1 im Keller. Ja und im Antrag, da wird auch noch eingezeichnet, welcher Stellplatz sich wo befindet und wer wem denn gehört, also auch Garageplätze. Ja und dieser Antrag wird dann eingereift durch ein riesengroßer Stapel bei der Kommune und wird dann bearbeitet in circa vier bis sechs Wochen und wenn dann dieser Antrag genehmigt ist, bekommt man den gebündelt wieder zurück. Diesen nimmt man und erstellt gemeinsam mit einem Notar seines Vertrauens eine Teilungserklärung. Das heißt, in der Teilungserklärung wird alles schriftlich geregelt, wie das Gebäude aufgeteilt werden soll und wie es auch später im Alltag verwaltet werden soll und wer wo was ganz genau benutzen darf und wie das zum Beispiel mit den Stimmrechten oder bei einer Eigentümerversammlung, wie die genau ablaufen sollen. Ja und dann wird die ganze Geschichte protokolliert, wenn man diese Teilungserklärung verfasst hat beim Notar inklusive diesen Plänen, so dass das Grundbuchamt dann im Nachgang die einzelnen Wohnungen sozusagen anlegen kann mit eigenen Grundbüchern. Somit kann dann der Eigentümer von dem Mehrfamilienhaus mit den einzelnen Eigentumswohnungen die Wohnung einzeln verkaufen oder auch vererben. Ja ich hoffe ich konnte euch mit meiner Information etwas weiterhelfen. Wenn es euch weiterhin interessiert, was wir so machen, was die Hauser so machen, dann bleibt einfach dran. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Macht's gut, euer Maik.